Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Jetzt starten wir eine Serie und zwar Kalle vs. Maxe. Das Ganze klingt vielleicht ein bisschen abgekupfert, das macht aber nichts. Bevor ich erkläre, worum es geht, stellt sich einmal Kalle vor. Ja, moin, ich bin der Kalle und ich werde mich ein bisschen mit Maxe betteln. Ah ja, wie du meinst, wie du meinst. Ja, Kalle und ich werden uns in jeder Folge in irgendeinem beliebigen Spiel betteln. Sprich, wir werden eine Challenge finden und uns dann halt kaputt prügeln. Und im Anschluss auf diesen Text hier seht ihr jetzt dann unsere erste Challenge. Habt viel Spaß. So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück in unserer ersten Challenge. Wir spielen Burnout Paradise. Und hier geht es um ein, ja, Stunt-Rennen. Stunt-Rennen habe ich jetzt gerade ausgewählt. Wir haben zwei Minuten Zeit, um zu gewinnen. Innerhalb dieser zwei Minuten muss ich Kombos fahren. Und wenn ich halt einen Unfall baue, dann werden diese Punkte zusammengezählt auf mein Konto gerechnet. Und dann kann ich einfach weitermachen. Wenn die zwei Minuten zu Ende sind und ich habe noch eine Kombo am Laufen, dann kann ich diese Kombo noch so lange fortsetzen, wie ich will. Es sei denn, ich baue einen Unfall, dann ist die zu Ende. Dann kann der andere aber noch weitermachen, wenn er noch in einer Kombo drin ist. Derjenige, der eliminiert wurde, kann aber den anderen dann wegrammen und durch einen Takedown verliert der andere die komplette Kombo. Die wird dann nicht auf das Konto hinzugezählt. Klingt kompliziert, aber ihr werdet es im Verlauf des Spiels sehen. Ja, Kalle, viel Glück, würde ich sagen, ne? Und friss mein Staub. Ja, bitte ich dir eher. Ah, weiß doch, dass ich dein Glück nicht brauche. Scheiße, ich sag's, wir bauen uns schon. Und ja, ihr könnt uns auch sehr gerne, wenn ihr wollt, in Steam, äh, hier in diesem Spiel adden. Unseren Namen seht ihr oben rechts, das sind aber nur unsere Gamertags hier. Bei EA. Bei EA, genau. Dann macht er eine Fünfer-Combo oder was? Ist dann richtig viel Dage? Du weißt, dass du verlierst, auch wenn ich gerade punkte-technisch hinter dir liege. Kannst gar nicht gewinnen, Kalle. Äh, äh, ja, ich weiß jetzt überhaupt eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil wir beide wissen, ich bin nur irgendwas. Scheiße, das war schlecht von mir. Ich bist schlecht von mir. Ich bin schlecht, sagt er. Ja, ihr hört richtig, ich esse nebenbei Chips. Ich bin ein richtig böser Junge. Ja, ich würde auch nebenbei eine rauchen. Das Problem ist nur, ich habe gerade keine Zigaretten dabei. Also, wenn ihr Mitleid mit mir habt, schickt mir doch bitte rein. Achso, jetzt fängst du schon einmal meinen scheiß... Äh, bei meinen, bei meinen schönen Abonnenten zu schnorrern. Zu schnorrern, das war jetzt auch okay. Ja, du kannst ja mal ein Give-away-Zigaretten machen. Ja, dann... ... bist du ja... Oh, oh, warte mal. Oh, 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 alter. Alter, alter, nein. Nein, 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 die Zeit fängt an, runterzulaufen. Oh, reset mich wieder, reset mich wieder. Oh ja, ich habe es noch geschafft. Was, du bist vor mir mit den Punkten? Ja, sicher. Ich bin eliminiert? Jetzt würde ich ihm mal sagen, wenn Maxi mich jetzt noch kaputt hauen würde, hätte er gewonnen, aber da wir beide wissen, das schaffst du mich. Und ich werde einfach noch weitere Lusten Punkte verloren. Ah, verdammt. Oh, 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 oh. Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Du bist so ein Scheißlauch. Ja, ich habe gewonnen. Und ja. Das war jetzt ein Fail, in meiner Meinung nach. Okay, nächstes Mal wird es besser. Ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und ja, hinterlass uns doch ein Feedback. Wollen wir schon mal irgendwie uns darauf einigen, was das nächste Spiel sein wird, indem wir uns battlen? Ja, mach mal einen Vorschlag. Ja, macht ihr doch mal einen Vorschlag. Wir haben COD, wir haben alles Mögliche, oder? Wie bitte? Ja, ja, ja. Wir hätten dann eine ganze Menge Spiele. Macht ihr doch mal einen Vorschlag in den Kommentaren. Ja, und sonst, genau, von wegen, was wir auf Steam hätten und sowas, unter Steam findet ihr mich unter Flauschi21. Und da könnt ihr auch meine Spiele einsehen, in denen wir uns battlen könnten wollen. Genau. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir raus. Verabschiede dich noch von ihnen. Ja, äh, Fiber? Du Loser. Ja, du Loser. Ja, du Loser. Du Loser. Vielen Dank.